Die Petri-Schule Mühlhausen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Fachbereich Mathematik, gerne in Kombination mit dem Fach Physik, aber auch mit jedem beliebigen Beifach. Ich finde schon, dass das Arbeiten gerade mit unseren Schülern unendlich viel Spaß macht. Man fängt in der fünften, sechsten Klasse an, man arbeitet sich bis hoch mit den großen und das macht dann auch wirklich Spaß, wenn man sie von klein auf hatte. Der perfekte Kollege ist auf jeden Fall jemand, der Spaß an der Mathematik hat. Grundsätzlich freuen wir uns über jeden neuen Kollegen. Jeder neue Kollege wird wirklich offen vom Kollegium aufgenommen. Junge Kollegen erwartet eigentlich auch eine Schar von interessanten, liebenswerten Schülern. Ich liebe es zu erziehen, zu bilden, mein Wissen weiterzugeben. Denn das Gebäude hier ist schon eine Schule. Auch wenn man von außen sieht man eine Schule, es ist eine Schule. Ich wünsche mir ganz einfach einen Kollegen, der mit mir die Neugier, den Optimismus und die Liebe zum Kind teilt. Einen neuen Kollegen erwartet an unserer Schule ein aufgeschlossenes Team und viel Gestaltungsmöglichkeit für eigene Ideen, eigene kreative Prozesse. Einen schönen Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020